Wir als Wirtschaftsförderung Sigmaringen sind heute hier im Fitness Sigmaringen, um das neue Fitnessstudio hier kennenzulernen. Dazu haben wir als Gesprächspartner den Geschäftsführer der Gesellschaft, der Michael Mote, der uns hier die Neuigkeiten in seinem Studio hier zeigen wird. Was ist Ihr Lieblingsgerät im Fitness hier in Sigmaringen? Das spezielle Lieblingsgerät per se habe ich nicht, aber was mir sehr viel Freude bereitet, auch selber zum Trainieren, sind die hochmodernen elektronischen Kraftgeräte, wo eine unglaubliche Trainingssicherheit, aber auch Effektivität im Training darstellen. Hier sind wir jetzt in unserem Kraftwerk, das heißt wirklich Back to the Roots. Für uns ist ganz wichtig, alle Facetten vom Muskeltraining abzubilden. Da gehört für uns dazu Beweglichkeitstraining, dann ist hochmoderne Training an elektronischen Kraftgeräten, aber auch hier wirklich das klassische Krafttraining mit freiem Gewicht. Warum sind Sie denn überhaupt nach Sigmaringen gekommen? Wie kamst du dieser Standortwahl hier in Sigmaringen? Ja, als Albstädter habe ich natürlich die positive Entwicklung der wirklich schönen Stadt Sigmaringen die letzten Jahre verfolgt. Und durch die Nähe zu meiner Heimatstadt, Albstadt, war es für mich natürlich auch attraktiv, weil es mir so möglich ist, auch wirklich selber persönlich vor Ort zu sein. Und offen gesagt auch unsere von Beginn an sehr konstruktive, offene Gespräche mit der Wirtschaftsförderung hat uns natürlich auch noch die Entscheidung leichter gemacht. Herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Wir wünschen Ihnen hier sehr viel Erfolg in Sigmaringen. Und wo sind Sie denn überhaupt? Wo ist denn das Fitness hier in Sigmaringen? Ja, zunächst mal vielen Dank für den Besuch. Wir sind hier in der Zeppelinstraße im Z2, dem ehemaligen Vögele Areal. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.